heartbreaking football moment jetzt kann es wieder sehr sentimental werden leute kommt das letzte video für heute das team uns rein heartbreaking football moments schön 1080p gänsehaut jetzt beide kopfhörer rein und mal gucken allein schon die musik digga es kann kommen was will ich schon wieder diese klavier er wird der vorwärts es ist ein hartkopf zu klettern für so lange Ich habe mich sehr stark für meine Familie und seine Familie, aber ich weiß nicht, was ich zu sagen, wie ich wirklich fühle, denn es war eine besondere Zeit, wirklich, zu haben, mit Brez. Von dem ersten Moment, ich habe ihn gesehen und ich konnte nicht glauben, dass er die Kind, weil ich mich überrascht habe, weil ich mich überrascht habe. Ich denke, von dem Moment, es war einfach so, dass ich mich überrascht habe. Ich wusste, ich wusste, dass ich mich überrascht habe, aber ich wusste nicht, aber ich wusste nicht, dass ich mich überrascht habe. Ich dachte, okay, dann muss ich mich überrascht. Aber es ist Energie, in den Verlusten, mit den anderen kleinen Kindern und so weiter. Ich habe mich überrascht. All ich sage wirklich, ich spreche mit der Familie, jeden Tag. Ich war mit ihm ein paar Tage vor und es war schwer zu sehen. Obwohl es so ist. Das war das EM-Finale. Da war ich im Stadion noch gewesen. Das war schlimm. Oh my God. Wow. Wow. Oh, Float, Theron, Draco, bei der Ballon. Oh, super control! Oh, er hat eine Foute! Super, Skaffee, Paul Papa, der Kontrol-Orient-Decke eliminiert ein Premier-Joueur. Der Gegenteil, wo es der Guardian ist, in der Anticipation, aber irgendwie... Ah, Fuss-Prizen ist auch eine Emotion. Aber ich... Das war auch noch vor dem Halbfinale gegen Deutschland, wo der Neymar verletzt hat. Dann ist Neymar ausgefallen. Terrific footballer. Und die Rolle auf der Füße für Bastian Schweinsteiger. Die Bilder sprechen für sich, nicht? Major Trophys. Ribery, 8 Bundesligas. Arjen Robben ist auf 7. Männer, die die Meisterschale kennen, wie es die Familie Silve. Und jetzt Ribery, 12 Jahre. Ein wahrer Bayern-Icon. Yet, da sind es. Yes, die Stripze. Just listen to this. What an introduction of Dwight Gale. Oh, what a hammer blow for Liverpool. Whose captain is down, virtually on his knees. Suarez, apparently, in tears. If it is not yet checkmate, Manchester City. Das war auch, da hat der Wörter was gut so abgeschwörtert ist. Und so ... Da hat man so eine Karriere vor sich gemacht. Abo, Abo! Ja, rei! Ja, rei! Ja, rei! Ja, rei! Oh, cool! Boah, Ersene. Wie lange der Trainer war, ne? Ich würde dich enden, mit einem einfachen Wort. Ich werde dich missen. Ich werde dich nicht missen. Das ist so ungewohnt, einfach Leute im Stadion zu sehen. Ich vermisse das so sehr. Ich vermisse das so sehr. Das fehlt so beim Fußball. Ja, da sind schon ein, zwei Tränen da, Leute. Fußball ist mehr als so ein Game. Well, first of all, thanks to... Sam Iker. Die Musik dazu auch noch, es ist echt hart. Beyond remembering me as a good or a bad goalkeeper, Aber ich hoffe, dass Leute mich für eine gute Person erinnern, mit meinen Defeckeln zu sein. Also danke, danke, ein tausend Mal danke. Was meint ihr, wie das wird, wenn Ronaldo und Messi aufhören? Ich glaube, dass er weggerutscht ist, erinnert ihr euch schon daran? Das war der Eindliefer, wenn er jetzt ausrutscht. Ander sah noch ein Tor, Alter. Was ein Regulierung für Manchester United. Das war der Eindliefer. Ich bin froh, Alter. Da ist er! Ich bin froh, Alter. Ich bin froh, Alter. Ich bin froh, Alter. Ronaldos Verletzungen im EM-Finale, das war das Krasseste. Was übertreiben die da so mit den Jungen an? Ja, aber der nimmt seinen Job zu ernst, der Typ, alter. Der kann doch nicht so einfach den Jungen so wegziehen. Das war's auf jeden Fall jetzt vom Stream, Digga. Ja, das war's. Ja, das war's.